Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man in Word eigentlich die Seitenzahlen ab Seite 2 hier mit 1 beginnen lassen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe vor mir in Word jetzt mal ein Projekt dabei geöffnet, wo ich auf Seite 1 ein Deckblatt habe und somit meine Seitenzahlen erst ab Seite 2 mit der 1 hier unten beginnen sollen. Hierfür mache ich auf irgendeiner Seite einmal einen Doppelklick relativ weit unten, damit sich meine Fußzeile hier öffnet und dann muss ich meine Seitenzahl einmal einfügen. Hierfür hier oben links bei Kopf- und Fußzeile auf Seitenanzahl drauf gehen, dann auf Seitenende, da das Ganze eine Fußzeile und keine Kopfzeile ist und hier nach Belieben einfach einmal eine Zahl auswählen. Ich nehme jetzt diese hier und schon kannst du sehen, dass meine Seitenzahlen 1, 2, 3 richtig eingefügt worden sind. Als nächstes möchte ich, dass meine Seitenzahl hier bei dem Deckblatt auf jeden Fall verschwindet, deswegen gehe ich hier oben einfach mal rein und setze ein Häkchen bei 1. Seite anders. Jetzt kannst du sehen, dass mein Deckblatt hier schon ohne Seitenzahl ist und nun muss ich nur noch schauen, dass meine Seitenzahl hier hinten nicht mit der 2 beginnt, sondern mit der 1. Hierfür müssen wir unsere Seitenzahl einfach einmal markieren, dann einen Rechtsklick mit der Maus drauf machen, auf Seitenzahlen formatieren gehen und dann anschließend bei Seitennummerierung hier unten auf Beginnen beiklicken. Jetzt wird automatisch die 1 eingefügt. Ich möchte aber eine 0 haben und dann bestätige ich das Ganze mit OK und schon kannst du sehen, dass hier vorne mein Deckblatt ist eigentlich Seite 0 und dann geht es auch hier weiter mit Seite 1, Seite 2, Seite 3 und so weiter. Und damit sind wir auch schon fertig. Mich würde jetzt noch brennend interessieren, für welche Arbeit bzw. für welches Projekt du diesen Tipp mit den Seitenzahlen hier unten benötigt hast. Schreib es mir gerne einfach mal unter dem Video in die Kommentare rein. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.